Knapp 2 Millionen US-Dollar stahlen Unbekannte den Nutzern der südkoreanischen Kryptoplattform ClaySwap Anfang Februar. Angesichts der regelmäßigen Millionen-Raubzüge in der Welt der dezentralisierten Finanzen ist das eigentlich kaum bemerkenswert. Doch dieser Coup ist besonders, weil er grundsätzliche Schwächen im Fundament des Internets aufzeigt. Herkömmliche Raubzüge sind zumeist entweder Insider-Jobs oder sie nutzen Fehler in den noch jungen Plattformen aus. Der ClaySwap-Angriff hingegen attackierte Infrastruktur, auf die sich im Prinzip alle Internetdienste verlassen – das Routing, Zertifikate und Open-Source-Bibliotheken. Letztlich tauschten die Angreifer eine nachgeladene JavaScript-Datei durch eine trojanisierte Version aus, die Transaktionen auf ihr eigenes Konto umleitete. Wie ClaySwap bestätigt, waren insgesamt 325 Wallets von diesem Angriff betroffen. Der britische Mineralöl- und Energiekonzern BP stellt im Emsland jetzt Flugzeugsprit mit geringeren Anteilen aus Speisefettresten her. Die Bio-Rohstoffe stammen etwa aus Kantinen- oder Gastronomiebetrieben. Es geht um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle, zum Beispiel aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasseabfällen, wie ein Sprecher erklärte. Nach Angaben des Unternehmens ist die Raffinerie in Lingen die erste Anlage dieser Art in Deutschland, mit der sich industriell verwertbare Mengen erzeugen lassen. Lange war es angekündigt, jetzt ist es da – Donald Trumps Truth Social. Das bisher nur als iOS-App in den USA verfügbare soziale Netzwerk ist Trumps Reaktion auf seine Twitter-Sperre. Allerdings läuft zum Start noch nicht alles rund. Beim Versuch, ein Konto anzulegen, erhalten einige Nutzer Fehlermeldungen. Bis Ende März soll der Dienst zumindest in den Vereinigten Staaten voll einsatzfähig sein, berichtet The Guardian. Das Weltraumteleskop James Webb macht weiter Fortschritte bei der Ausrichtung des aus 18 Elementen bestehenden Hauptspiegels. Das Abbild des für die Kalibrierung anvisierten Sterns wurde inzwischen so korrigiert, dass es der Anordnung dieser Spiegelelemente entspricht, zeigt ein neues Foto, das die NASA jetzt veröffentlicht hat. Als nächstes sollen jetzt die 18 einzelnen Abbildungen des Sterns korrigiert und fokussiert werden, bevor sie dann in einem dritten Schritt alle übereinandergelegt werden sollen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Mehr Komfort? Kein Problem. Lassen Sie sich von einem smarten Zuhause verwöhnen und überlassen Sie Homematic IP die lästige Arbeit. Mit der kostenlosen App automatisieren Sie ganz einfach und zuverlässig Heizung, Beleuchtung, Rollläden und viele andere Elektrogeräte. Egal ob Mieter oder Hausbesitzer, Neubau oder Sanierung, Homematic IP hat für jeden eine smarte Lösung parat. Mehr Informationen unter www.homematic-ip.com